Ob Sichtfolienfenster für Faltschachtelhersteller oder Transferfolien zur Textilgestaltung, die Firma Plea Folientechnik ist der Spezialist für hitzebeständige Polyesterfolien. Der Familienbetrieb mit hochmotivierten Mitarbeitern und umfangreicher Maschinenausstattung konfektioniert schnell und flexibel Folien in unterschiedlichsten Spezifikationen. Ein Geheimrezept unseres Erfolgs ist natürlich meine Faszination an einer Folie, an unserer Folie, hat sich inzwischen auf meine Mitarbeiter übertragen. Diese Faszination, daraus resultiert ein sehr, sehr gutes Betriebsklima. Ich habe alle sehr, sehr hochqualifizierte, motivierte Mitarbeiter und wenn man so ein Team hat, da kann man stolz drauf sein und mit diesen Menschen Erfolg zu haben, das ist meine Mission. Qualität und langjährige Erfahrung, die Firma Plea freut sich auf Ihre Anfrage.